servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute ein video nachdem ich teilweise auf meinem instagram profil gefragt wurde ob ich denn meine meinung zum neuen addon oder der neuen addon ankündigung und so weiter und so fort publizieren möchte das werde ich hiermit tun ich habe eine nacht drüber geschlafen also dieses video habe ich eben gerade erst aufgenommen wenn es hochgeladen wurde und ich lade es bewusst auf meinem zweitkanal hoch da ich jetzt rund um die addon ankündigung auf meinem main channel eher nur die news haben will wir haben so schon ziemlich viele videos jetzt zur blizzcon noch mehr als sonst also von daher lassen wir das ganze mal hier ablaufen ansonsten habe ich ein sehr sehr großes zusammenfassungsvideo gemacht mit allen inhalten die zu dem neuen addon vorgestellt wurden auf der blizzcon könnt ihr euch gerne reinziehen ist in der video beschreibung und ich würde sagen wir gehen anhand des videos einfach mal durch was ich im großen und ganzen zu dem addon zu sagen habe zu the war within also alles in allem beziehungsweise das wichtigste vorweg das habe ich auf meinem twitter profil geschrieben was ich sehr sehr geil finde ist dass blizzard so viel gestern rausgehauen hat also nicht nur das neue addon vorgestellt sondern auch den plan für die kommenden drei addons vorgestellt das heißt für mich persönlich dass world of warcraft scheinbar noch ganz gut läuft wenn sie soweit schon in die zukunft planen und ich finde es einfach cool zu sehen dass sich so viel entwickelt und das halt nicht nur bei retail wenn man sich jetzt anguckt kataklysm classic es kommt eine art classic plus für hardcore wird es neuerungen geben ich bin zwar nicht der größte classic fan aber ich finde es halt cool für die gesamte spielerschaft von world of warcraft es passiert ziemlich viel es ist ziemlich viel dabei und ich denke die blizzcon kann für ww als ganzes als gewinn gewertet werden also das hat mich sehr sehr happy gemacht weil ich dieses spiel einfach mag damit kommen wir dann auch zu the war within das war letzten endes der hauptfokus grundsätzlich die prämisse der story finde ich ziemlich ziemlich nice also xalatat das ist ja was was schon seit längerem über uns schwebt so ein bisschen das finde ich auch ziemlich ziemlich cool dass das ein kontinuierliches storytelling ist also xalatat begleitet uns ja eigentlich schon seit legion mehr oder weniger und dass es jetzt aufgegriffen wird das gefällt mir sehr sehr gut und auch mit den neruban als ersten gegenspieler in diesem patch finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich cool ich mochte die ganze geschichte immer ganz gerne fand die schon in wrath of the lich king ziemlich nice mit den dungeons also yoll nerub und anka het und dem raid beziehungsweise prüfung des kreuzfahrers war ja dann nur anub arak der endboss aber trotzdem es war ziemlich cool hat mir gefallen und das passt ganz gut ja zu den helden hier die uns begleiten werden auf unserer reise ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht anduin ist wieder dabei finde ich das finde ich zumindest sehr interessant zu sehen die entwicklung die er durchgemacht hat wie er sich sowohl optisch als auch scheinbar innerlich verändert hat durch die geschehnisse von shadowlands ich denke da tat es dem charakter auch ganz gut dass er jetzt mal ein addon pausiert hatte trall ja mein gott ist nicht mehr mein liebling seit ketter aber gut magny ja mein gott auch nicht so besonderes aber alleria wurde ja ebenfalls noch verkündet dass sie eine große rolle spielen wird und da bin ich auch sehr gespannt weil das glaube ich eine figur ist die sehr interessant sein könnte wenn sie richtig ausgearbeitet wird und ansonsten ähm bin ich ebenfalls sehr interessant dann endlich wird diese geschichte über das schwert weiter aufgegriffen also wir haben sie gesagt trall dieses schwert wurde gegen irgendjemand gerichtet punkt 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 und dann dramatische stille also ähm das was sie auch gesagt haben sie wollen mit den nächsten addons stories aufrollen die in der vergangenheit aufgegriffen wurden ist eine sehr sehr gute sache bevor man jetzt das x-te kapitel aufrollt wir wieder ins all fliegen oder sonst irgendwas ist das ein sehr guter ansatz und alles in allem mit dem grundsätzlichen setting finde ich sehr sehr nice bin ich zufrieden ähm ich denke das ist nicht so verkehrt dann kommen wir zu den earthen die neue verbündete rasse die wir dann werden spielen können da muss ich sagen habe ich so ein bisschen ja mixt feelings wenn ich ehrlich bin der hauptgrund ist für mich einfach ich bin jetzt kein ali spieler und ähm ich bin in der lore der einzelnen rassen jetzt auch nicht super tief drin aber für mich sehen die halt einfach so ein bisschen aus wie gepimpte dunkeleisenzwerge ähm oder ja ich weiß nicht wie ich es besser sagen soll es kommt mir halt so vor als hätte man das so schon mal in dieser art gesehen ähm an und für sich auch dieses ähm ja was gesagt wurde es gibt hier diese drei trieb ne wie nennt man das tribes stämme stämme ist das wort was mir gefehlt hat ähm die so ein bisschen gegeneinander arbeiten die wir vereinen müssen und dann können wir sie auch spielen und so weiter auch das ist halt eine geschichte die in wo w so schon mal vorkam aber da muss man auch ehrlicherweise sagen das finde ich jetzt nicht super negativ das ist halt was du kannst das rad halt nicht immer neu erfinden ähm aber halt von der optik finde ich sie jetzt nicht so cool ähm als erstes sahen sie für mich halt wie irgendeine neue ali rasse aus und ja erinnert halt mich sehr sehr stark an die dunkleisenzwerge aber mal gucken was da noch auf uns zukommt zumindest wurden ja ziemlich viele customization optionen angekündigt das könnte ganz cool sein dann kommen wir zu den gebieten ähm grundsätzlich was ich nicht so nice finde ist dass der großteil der neuen gebiete unter der erde spielt aber auch hier lasse ich mich eines besseren belehren zara leckhöhle hat mir so schon nicht gefallen oder nicht so gut ähm wobei ich glaube dass das im kommenden patch oder im addon besser werden könnte gehen wir mal der reihe danach diese isle of dawn die finde ich sieht ganz cool aus und ich finde diesen ansatz sehr interessant dass wir nicht vier zonen haben die quasi genau nebeneinander liegen sondern dass wir in den zonen voranschreiten je weiter wir leveln das machen wir zwar jetzt auch aber theoretisch ich weiß nicht wie ich es besser sagen soll aber es fühlt sich so an als arbeiten wir uns wirklich weiter in Azeroth rein schalten zone nach zone frei ähm und dringen weiter ein diese isle of dawn finde ich cool dass es auch eine überirdische zone gibt und ich finde die sieht auch ziemlich nice und abwechslungsreich aus also da habe ich nichts dran zu meckern auch hier diese architektur teilweise gepaart mit schönen landschaften das gefällt mir sehr sehr gut dann hatten wir diese zone hier wo ich den namen schon wieder vergessen habe da muss ich mal kurz vorskippen bis ich den namen finde ähm the ringing deeps war es genau ähm hier würde ich sagen ja haut mich nicht so richtig vom hocker finde ich aber auch nicht richtig schlecht ähm hier kommt halt für mich dieses höhlenfeeling auf was ich nicht sehr gerne mag und von daher ist es ich will es gar nicht so viel zu sagen es trifft halt einfach nicht so ganz meinen persönlichen geschmack aber was positiv ist ich finde es sehr geil dass die kobold da am start sind und dass wir da sogar gegen den mieses candle king in einem dungeon antreten werden also das klingt ziemlich ziemlich lustig dann für mich das absolute highlight hello fall die zone sieht absolut sick aus was halt hauptsächlich liegt an diesem schwert beziehungsweise oder ist es das kristall wurde es genannt ne äh der da rein trümmert und der hier für beleuchtung sorgt das sieht einfach geil aus auch hier brauche ich ehrlich gesagt nicht so viel zu sagen wieso weshalb warum es spricht mich persönlich an und auch dieser wechsel hier den sie gezeigt hat inzwischen das licht des kristalls es hat sich ein bisschen gewandelt in dunkelheit und so weiter das sieht super super nice aus und da erwarte ich mir sehr sehr viel von das könnte ziemlich geil werden und auch die letzte zone äh wie heißt es ash kahed glaube ich auch die finde ich ziemlich ziemlich nice wie ich schon anfangs gesagt hatte mit diesem neruba thema an und für sich kann ich durchaus was anfangen und ich fand die sachen aus wotlk auch ziemlich nice deswegen ähm ja ist eine nette sache neruba ist auch was das kam länger nicht vor ja also alles in allem würde ich die gebiete als durchaus positiv betrachten was meinen geschmack persönlich so gar nicht trifft ist das dynamische fliegen beziehungsweise drachen reiten 2.0 nennt es wie ihr wollt einer der entwickler hat gestern auch dragon riding dazu gesagt das ist mir aufgefallen wann anders wurde es halt dynamic riding glaube ich genannt ähm ich denke es bietet sich an wenn man hier sieht diese zone ist wieder extremst groß so sieht es hier zumindest aus und hat halt auch sehr große höhenunterschiede also auch das was die dracheninseln ausgemacht hat und weswegen uns ja dieses reiten angepriesen wurde aber auch hier wer mich auf meinem hauptkanal verfolgt der weiß ähm ich bin einfach von dem drachenreiten kein großer fan seit es mit dragon flight eingeführt wurde klar es ist deutlich schneller aber mir persönlich macht es halt einfach keinen spaß wenn ich fürs fliegen knöpfchen drücken muss ich bin lieber der afk durch die gegend flieger und alle 30 alle minute seine richtung anpassen typ aber gut mal schauen vielleicht gibt es ja da auch noch ein paar additionen zu der ganzen geschichte dann ähm Thema Dungeons und Raids denke ich kann man jetzt noch nicht so viel zu sagen von den Dungeons wurden ja jetzt nur die Namen genannt deswegen kann ich weiß nicht was ich da zu groß sagen soll Nerubar Palace wird der erste Raid acht Bosse auch hier denke ich das könnte ziemlich cool werden ähm weil halt wie gesagt mit dem Nerubar Setting kann ich was anfangen werden wohl gegen die Königin der Nerubar da im Endfight treffen und auch diese diese Dynamik mit Xalatath hat ihnen Kräfte gegeben da könnte uns halt mehr erwarten als nur ja ist ja nur ein Spinnenboss also da bin ich gespannt was sie sich einfallen lassen sie hatten auch zwischendurch die Map gezeigt des Raids also er sah jetzt auch nicht übermäßig riesig aus dass man äh 13 Stunden Trash macht von daher alles easy dann aber der Punkt wo ich noch am skeptischsten bin also bis hierhin würde ich sagen war es gut nicht sehr gut aber ich hatte an den Sachen nichts auszusetzen aber bei dem Thema Systeme da bin ich mir halt noch nicht ganz so schlüssig was ich davon halten soll oder halten werde was ich gut finde um das vorweg zu nehmen ist das was sie hier gesagt haben sie wollen die Philosophie von Dragonflight fortführen sprich Evergreen Editions ins Spiel bringen also Sachen die ins Spiel kommen und auch gemacht werden um zu bleiben sprich nicht wie in anderen Addons beispielsweise Artefaktwaffen es wird was ins Spiel geworfen und nach zwei Jahren ist der ganze Krams wieder irrelevant es sollen wirklich Sachen eingeführt werden die im Spiel bleiben langfristig das ist eine gute Sache ähm war ja auch was was ich glaube ich viele Leute gewünscht haben und dementsprechend wurde als erstes genannt diese Delves also Expeditionen für ein bis fünf Spieler ein NPC begleitet uns es wird eine Reihe für die Weekly Vault für eben diese Open World Aktivität genannt was cool ist man kann es wirklich eskaliert mit eurer Gruppengröße ihr könnt es auch solo machen ihr könnt es zu zweit machen könnt es mit eurer Mythisch Plus Gruppe machen ähm gleichzeitig ist passt sich eurer Rolle an also ihr könnt es wohl als Tank machen oder als Heiler das ist komplett wurscht ihr könnt dann euren NPC Begleiter auch anpassen nach Sachen die ihr braucht beispielsweise ihr habt zu wenig Heilung dann kann der NPC ein bisschen heilen das ist ganz nice gemacht dass es wirklich für jeden zugänglich ist und nicht nur okay du musst unbedingt die D spielen beispielsweise bei den Szenarien damals in Mists of Pandaria war es ja schon eher so wenn ich mich recht erinnere dass du nach Möglichkeiten und zwei DDs eingepackt hattest beziehungsweise als Heiler naja brauchtest du später vielleicht bei den heroischen Dingern aber erstmal Heiler brauchtest du jetzt nicht unbedingt ähm also das ist ganz nett da bin ich halt gespannt oder da wird es denke ich sehr stark davon abhängen wie gut die Belohnungen letzten Endes sind ich befürchte das klingt zwar auf dem Papier ganz nett aber ich gehe halt einfach mal davon aus dass das eher ein Content ist der sich vor allem an Solospieler richtet ich gehe auch davon aus dass der Loot da nicht so krass drin sein wird deswegen will ich dieses Feature gar nicht mal als schlecht abstempeln ich würde nur einfach sagen dass ich persönlich nicht die richtige Zielgruppe dafür bin weil ich eh über Mythisch Plus und den Mythisch Raid und so weiter an mein Gear komme ähm was sie aber gesagt hatten ist dass es darüber auch Mounts und so weiter als Belohnung geben soll das finde ich dann schon wieder interessant dementsprechend es klingt nicht schlecht muss man mal abwarten wie es umgesetzt wird da will ich mich noch nicht so ganz festlegen was ich jetzt davon halte hat aber auf jeden Fall Potenzial und diese Szenarien zum Beispiel aus Mist of Pandaria fand ich eigentlich ganz witzig das erinnert mich so ein bisschen da dran es ist halt eine neue Content Art fürs Endgame von daher mehr Content ist ja eigentlich nicht schlecht dann ging es zu dem Part Warbands das ist was für mich was ich jetzt nicht unbedingt als riesen Feature sehe weil ich spielerisch halt einfach wenig davon habe also klar auf der einen Seite ist es nicht schlecht dass jetzt Sachen wie Ruf und so weiter Account weit werden beziehungsweise sich für alle meine Chars auswirken auf der anderen Seite ist es aber auch nicht mehr wirklich relevant da Blizzard hinter diese Renown Grinds eigentlich so gut wie keine relevanten Belohnungen mehr gelegt hat also wie ihr seht ich habe mittlerweile neun Chars auf Level 70 und ich habe nur mit meinem Main die Kampagnen und Rufgrinds und sonst was gemacht und auch ohne diese Warbands hatte ich auf keinem der Chars das Gefühl ich hätte da jetzt irgendwas vermisst wenn sie das rückwirkend auch auf alte Fraktionen machen und so weiter und so fort dann finde ich das Ganze ganz nice aber letzten Endes es ist jetzt kein neuer Content wo ich mich reinstürzen kann es ist halt einfach da das ist das ich weiß nicht es fällt mir schwer es besser auszudrücken klar ist es nützlich und so weiter und so fort aber ich empfand es jetzt in diesem Addon durch das was sie gemacht haben als nicht so störend sowas hätte es wenn schon ab keine Ahnung eigentlich Legion oder so gebraucht von daher mit der aktuellen Philosophie finde ich ist dieses Feature nicht mehr so übertrieben wichtig und dann kommen wir noch zu diesen Hero Talents da war ich ehrlich gesagt erst gehypt aber dann auf den zweiten Blick finde ich es es ist eine nette Idee aber letzten Endes meiner Meinung nach es ist quasi eine dritte Talentsparte in eurem Talentbaum aber es ändert für mich jetzt nicht so viel ob jetzt hier mitten rein noch ein paar Talente kommen oder ob sie einfach an jedem Talentbaum unten noch eine oder zwei Reihen drangehängt hatten früher in früheren Addons beispielsweise im Übergang von Burning Crusade zu WOTLK oder von WOTLK zu Cataclysm wurden die Talente ja auch ein bisschen überarbeitet oder es kamen neue Reihen dazu aber es waren nie so die oder das Hauptfeature das jetzt kommen soll es war halt einfach Standard dass neue Talente kommen und Talente überarbeitet werden und so sehe ich es jetzt auch das gibt natürlich sehr sehr interessante Möglichkeiten zu spielen so wie es jetzt hier gezeigt wurde beziehungsweise es gab dann auch einen Einblick dass dann sich dieselbe Fähigkeit das sehen wir dann hier das war zum Beispiel der Sturmblitz vom Krieger einmal als äh na da muss ich nochmal hier gucken als diese Colossus Spezialisierung und einmal als Mountain Thane und da kann man schon erkennen hier das Colossus da trifft es einen Gegner und als Mountain Thane sieht es anders aus und wirkt sich auch auf drei Gegner aus also da könnten sich interessante Spielchen ergeben es bringt ein bisschen mehr Dynamik rein in die ganze Geschichte ähm aber am Ende sind es für mich persönlich nur neue Talente also das ist jetzt nichts wo sich meine Hose krank ausbeult sagen wir es mal so aber auch da würde ich vielleicht sagen einfach muss ich nochmal abwarten wie sich das Ganze dann spielt vielleicht ist es ja doch wesentlich geiler als ich denke also alles in allem um das zusammenzufassen grundsätzlich bin ich mit all den Sachen die sie gezeigt haben ziemlich zufrieden also bin ich durchaus positiv gestimmt das sah sehr sehr gut aus und es kommt mir auch so vor als hätte man einen klaren Plan für die Zukunft das ist sehr sehr gut rein optisch von den Gebieten her und von der Story finde ich das Addon ziemlich nice das einzige was mir halt so ein bisschen fehlt ist was ist das Feature was dieses Addon dann ausmachen soll da bin ich mir noch nicht so ganz sicher ähm möchte mich aber auch noch nicht drauf festlegen ob mir das im Nachgang wirklich fehlt oder nicht ähm Dragonflight hatte ja zum Beispiel jetzt auch relativ wenig große Features spielerisch da war es auch die Überarbeitung des Talentbaums und so weiter und das Drachenreiten jetzt finde ich ist es noch mal ein bisschen weniger geworden aber mal abwarten also alles in allem relativ positiv aber zumindest in Sachen Features hätte ich mir ehrlich gesagt ein klein bisschen mehr erwartet und damit will ich es auch gut sein lassen schreibt mir eure Meinung zu dem gesamten Thema gerne in die Kommentare danke fürs Zusehen und Eingehauen bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.